Jo Leute, vorab einmal in diesem Video muss ich unbedingt die Kommentare vom letzten Video, da muss ich unbedingt mal drauf eingehen. Ich kapier's nicht, manche Leute sind echt ein bisschen, wer jetzt nicht sagen, ne? Aber in dem Video hab ich mir einen Hack runtergeladen, damit für dieses Video auf einem Server, wo keine Person war. Also quasi ein Offline-Server, weil dort war keine Person zu dem Zeitpunkt drauf. Und es hat ja auch schon geschrieben, bin dort Moderator auf dem Server, ist schon okay, du nimmst ja auch keinen anderen Spieler den Spielspaß weg, wenn das Server leer ist. So, es gab trotzdem einfach Leute, die sich, oh mein Gott, aufgeregt haben. Ja, Junge, du hackst und sowas und diese Leute, die sind so... Ich dachte auch, du wärst legit, falls er das jetzt wirklich ernst meint und dann denkt, dass ich hacken würde, weil ich einen Obvious-Client für das Video geholt habe. Einen, wo man links oben permanent Hack sieht, wo man links oben die ganze Zeit Sketch sieht und alles. Es ist ein Obvious-Client. So, ich kann auch etwas sagen, ich hatte noch nie einen Invis-Client irgendwie auf dem PC. Jetzt kommen die Leute, wo ich echt nicht mehr weiter weiß. Das Ding ist halt, dass jetzt jeder glaubt, dass er den Client nur für das Video benutzt hat. Aber das ist ja auch in jedem... Ähm, aber das ist auch in jedem anderen Videos von ihm. Ja, weil wir sehen hier auf jeden Fall, Leute, wir sehen hier oben Sketch, Kill-Aura. Wir sehen hier nämlich ganz oben hier Sketch. Auf jeden Fall sehen wir hier oben... Guckt euch das an, hier ist Sketch, hier ist Kill-Aura, hier ist Fly-Hack, alles dabei, ne? Oh Leute, man, es gibt echt irgendwelche... Oh, ne! Hey, bei manchen Leuten, da weiß ich echt nicht weiter. Ja, auf jeden Fall, man, man holt sich ein Obvious-Client für ein Video auf einem Private-Server. Also auf einem Server, wo zu dem Zeitpunkt keine Person war. Und er kommt mit. Ja, benutzt auch alle anderen Videos. Junge... Ne, ich kann da nicht mehr helfen. Ähm. Seit wann hast du einen Hack-Client auf dem PC? Hä, das hab ich doch... Ich hab doch sogar in dem Video gesagt am Ende, dass ich einen Hack-Client dafür geholt hab für das Video. So ein Obvious-Hack-Client. Also, ich hab doch sogar im Video das gesagt. Sorry, aber die Blöcke sind mega hässlich, okay, da hat jemand die Ironie nicht verdunnen. Ähm, hier ist auch noch so ein zu guter Kommentar. Er hat sich Hex nur dafür installiert, glaubt ihnen, er sagt immer die Wahrheit und hat auf keinen Fall Outdoor-Emergie-Ironie für die unterbelichteten Schwasten. Du glauben, dass Wemis auch nur ansatzweise Ledger das Ledger zu schlecht ist. Oh mein Gott, Junge, du bist echt... Ne, sorry. Aber solche Leute will ich einfach nicht auf dem Kanal sehen. Das hat nichts mit Kritik oder ähnliches zu tun, sondern er sagt einfach nur irgendeine Scheiße. Zu dem Thema mit Outdoor-Emergie, mit Possibly-Client. Mann, ich hab damals zwei Videos darüber gemacht, wo ich genau das Selber-Emergie nochmal gemacht hab und gezeigt hab, dass es komplett legit ist. Ich hab genau das Selber-Emergie dort nochmal gezeigt und gezeigt, wie das zustande kommt. Also, an dich... Oh, Junge, denk doch vorher nach. Diese Leute, Mann. Die jetzt kommen mit... Ja, du hackst doch auch sonst immer und... Oh mein Gott, Leute, Junge. Machst du wirklich ein Pack bei 15k? Wäre geil, wenn du ein Pack machst. Hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, so in letzter Zeit. Kann man... Kann man machen, ähm, ja. Gut. Ähm, und dann... Och, Junge, erstmal... Die richtige Benutzung von den Worten... Das mit zwei S sollte halt schon gelehrt sein. Du sagst, dass du mich hackst, aber was machst du, kleines Kiddy? Ich finde es einfach nur peinlich. Dann hab ich gefragt... Wie kann man so dumm sein? Das ist mein Lieblatt ein bisschen nicht angezeigt. Und dann, anstatt hier auf Antworten zu drücken... Nein, dieser Typ hat einfach so viel Ahnung, dass er einfach einen neuen Kommentar schreibt, um darauf zu antworten. Sagst du, kleines Kiddy? Es ist traurig. Und, Leute, ganz im Ernst, solche Kommentare brauche ich nicht auf meinem Kanal. Also... Mann, Alter. Bei 543 sieht man eigentlich den kleinen... Ja, ich glaube, er hat das Video zu spät gemacht. Also, ich glaube, er hat das Video erst bis dahin angeguckt, dann in den Kommentar geschrieben. Weil, am Ende hab ich das ja noch aufgelöst. Ähm, Vemis. Wie Leute mit deinem Hacklein... Ich dachte, du wärst kein Hacker, aber jetzt dich selber basten auf Kavallerie, Mann. Eigentlich müsste ich dich ja jetzt wahren. Bin nämlich Sub. Okay, also Mod hat geschrieben, dass es für ihn okay ist. Es Sub hier nicht. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Denn meines Erachtens nach ist es okay, weil es einfach auf dem Private Server war. Also, zu dem Zeitpunkt war keiner auf dem Server. Von daher ist es für mich selber, finde ich, es ist okay. Und, jo. Und, Junge. Lukas Schui. Wie Leute mit deinem Hacklein? Ich dachte, du wärst kein Hacker. Junge, ich mach... Sind diese Leute, kapieren sie es nicht, dass ich einen Hacklein für das Video hole. Und, dass überhaupt keine Person deswegen zu schade kommt. Ich unterstütze das Hacken auf keinen Fall. Und es kam überhaupt keine Person in diesem Fall zu schaden. Weil ich das gegen keine andere Person gemacht habe. Ich habe das extra auf einem leeren Server gemacht. Hinter ihm wurden auch die Blöcke gesetzt. Also, hackt er nicht. Ähm. Ja. Ich weiß nicht, ob er es jetzt ernst meint. Lull, der Anfang. Ne, Blöcke waren noch geil. Ist im Pack auch AC vorhanden. Alter, lustiger Typ. Boah, Junge. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade ab-usen kann. Warte, ich muss am Ende so machen. Ja. Geht grad fett. Ah. Geht so. Ähm. Naja, kann auch, falls jetzt irgendwelche Leute irgendwas behaupten würden. AC oder sowas. Hier. Warte. Sonst behaupten nachher noch Leute, dass ja bei Razer Synapse da ist sowas. Ähm. Oh, Razer Synapse war immer so. Ey, wir haben was öffnen. Hier. Hm. Makros. Keine Ahnung. Wieso. Äh, Chroma-Apps, Stats. Hm. Gesamter Zeitraum. Ah, sieben Millionen Klicks. Oh. Hm. So. Und jetzt erstmal weiter die Kommentare. Ah. Ich bin halt gerade erst angekommen und ich hab, wenn ich irgendwie Bildschirmaufnahmen mache. Oh gut, direkt auf 20 TBS. Ähm, hab ich irgendwie 30 FPS ohne Aufnahme. Hab ich 1000, irgendwie 1200 mit Aufnahme 400. Und, ja, keine Ahnung, woran das einfach liegt. Äh. So. 19. 18. 17. Hier geht fit. So. Ähm. So, und falls irgendwelche Spasten jetzt wirklich denken, dass ich hacke oder so. Erstmal hier, keine Ahnung, warum da so viele Natives Ordner sind. Das wollt ihr mal auch, wie gesagt, dass es irgendwie ein Hack ist oder so, dass man zwei Natives Ordner hat, ja. Ich bin einfach so sick, ich hab drei Natives Ordner. Keine Ahnung. Kann ich auch, wenn ihr es irgendwie noch haben wollt oder so, kann ich die auch nochmal gern zum Download stellen. Ja, am 25.10. Hier ist die Levi-Mod-Datei. Zuletzt gerne 20.07. Ich glaub, die neueste Version kam am 19. oder so raus. Am 20. Hat sie sich halt ganz normal installiert. Also hier ist das Stelldatum. Ich glaub, da hab ich Levi-Mod neu installiert. Und hier war halt das neueste Update. Also Levi-Mod 2.8.05. Ähm. Da kann ich die Datei hier auch gern nochmal reinste- äh- machen und auf Begin Upload drücken. Hm. Ah, ich hab die, glaub ich, hier schon mal hochgeladen, oder? Hm. Levi-Mod... Ah, ich hab die vor 10 Tagen, glaub ich, hier schon mal abgeloadet. Weil ein anderer die haben wollte. Warte, ich mach einfach auf Replace. Ahem. So, Progress. Hm, hm, hm. User entered your channel. Hm, warte, ich mach mich kurz muten. Sound muted. Verifying. Share. Copy Link. So, dann seht ihr hier nochmal, dass hier, dass der Link ist. Da, ach, keine Ahnung was. Dass hier die Datei ist. Könnt ihr auch gerne nochmal mit dem Link in der Beschreibung vergleichen. Dann könnt ihr euch die Level-Mod-Datei hier drunter laden. Könnt ihr auch, keine Ahnung was, eure ganzen... ganzen Screenshare-Programme oder so da durchlaufen lassen. Könnt ihr irgendwas angucken, oder was weiß ich. Ähm, ja, könnt ihr irgendwas machen. Gut. Ist eure Meinung oder so. Ich zu meinem Teil weiß, dass ich Agile bin und ich werde auch niemals irgendwie reinhecken. Ja, das ist dann eure Sache. Ja, da könnt ihr halt eure Screenshare-Programmes reinmachen oder so und, ja. Also, da könnt ihr halt einfach die Datei downloaden. Die ganze Datei dann mal durchsuchen für die Leute, die, ähm, denken, dass ich hack oder so. Keine Ahnung, könnt ihr das mal machen. Sucht die Datei ruhig durch. Und, ja, wenn ihr mir nicht glauben wollt, dass ich legit bin, ist es nicht meine Schuld. Sollte ich selber weiß, dass ich legit bin und nicht mit irgendeinem Client oder so spiele. Also jetzt außer bei der Aufnahme, weil man nicht so ein Obvious-Client auf so einem Private-Server für die Aufnahme. Ähm, aber da gab es halt wirklich auch Leute, die irgendeinen Stock im Arsch hatten, sag ich mal. Und, ja. Das war's dann mit dem Video. Hier ist der Download-Link immer noch. Den fange ich dann ganz normal in die Beschreibung rein. Und, ja. Also, ihr könnt ja auch überprüfen, dass das der Download-Link ist oder auch keine Ahnung. Und, ja, das war's mit dem Video. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und, ja.